Servus Leute, hier ist euer Düstierbärs mit einem brandneuen Video. Und ja, ich versuche mich mal wieder an einem neuen Part Road to Life Nuke. Ich spiele TXR mit Schaft und Vollmantel geschossen, wie es mir empfohlen wurde. Und gleich mal eine fette Quad-Feed gerissen. Also eher eine Triple, aber ist ja egal. Auf jeden Fall geht der Düstier gerade hart ab. Reingejoint und schon geht es ab wie Schnitzel. Krass, Mann. Leute, schaut es euch an. Genießt es. Solange es noch möglich ist. Bevor ich wieder irgendwie verreck. Aus völliger, unnötiger Scheiße. Wie immer. Ich bin jetzt schon nervös, nur weil ich weiß, dass ich übel abgegangen bin und deshalb nicht verrecken will. Geil. Cool so. What? Geil. Nein. Ich mag nicht sterben. Komm. Komm. Tutsi, tutsi, tutsi. Tja. Leg dich nicht mit dem Master an. Krass, ich habe ein Heli. Leute, ich habe schon ein Heli. Oh oh. Spawnsino vor mir, das hasse ich. Leute, ich habe den Bomber. Krass. Es geht ab wie Schnitzel. Drückt mir die Daumen, Leute. Ich habe keinen Plan, wie viele mir noch fehlen. Aber nicht mehr so viele. Nein. Sonst sind wir rausgegangen. Nur weil sie sehen, dass ich abgehe. Vielleicht nicht so witzig irgendwie. Der Fug. Das habe ich gar nicht gesehen. Nein. Boah. Alter, kann ich von Glück reden. Jetzt ist mir gerade das Herz in die Hose gerutscht. Alter, die Waffe ist hart. Richtig hart. Nein. Wieso spawnt der genau da? Ich hatte schon 18. Leute, 18. Scheiße. Boah. Bei solchen Situationen beiß ich mir immer so fett den Arsch. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Mann. Ich bin so dumm. 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 Fällt mir nix mehr zu sein. Aber die Waffe ist übel stark. Kann ich nur jedem empfehlen, Mann. Ich habe die irgendwie noch nie gespielt, wenn mir das so auffällt. 40.000 Kills in MC3 und so gefühlt keinen mit dieser Waffe. Oh. Camper. Sau. Checken, ob der trifft. Ne, trifft nicht. Der andere spielt Pistole. Nicht schlecht. Mein Hebe macht einen guten Job. Oh. 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 Die Spass. Mit der Sniper muss dann nicht der herkommen. Ja. Und ich mache ein gutes Gehen. Auch wenn ich den Nuke verkackt hab. Ich vollыdiot. Tja. Jetzt ist nur die Aufgabe nicht noch zu sterben durch irgendeine unnötige Scheiße und die Lobby hier noch Mist, ich hab keine Wurfnis zu Ende zu rapen einfach mal hinstellen auch wenn es krass dumm ist so, 49 Only one kill left und dann habe ich einen 33 zu 1 da ist das 33 zu 1 und fail to save profile ja, das ist mir wohl egal ich habe echt eine geile Lobby geraped und wirklich ehrlich, dass ich die Nuke nicht geschafft habe tut mir leid, ich werde es im nächsten Part wieder versuchen bis dahin, haltet auf jeden Fall die Ohren steif Servus Leute